Mein Name ist Paul Wojtenga, ich bin Geschäftsführer der Maseco Germany GmbH und ich möchte Ihnen hiermit unser Konzept vorstellen. Unser Geschäftskonzept sind mobile Food Trucks, die, wenn sie gestellt sind, nicht als diese wahrgenommen werden und damit einen psychologischen Vorteil für den Verkauf bilden. Unsere Produkte sind Spiraleis, das sehr schnell ausgegeben werden kann und ein Konzept, das sowohl für den Sommer möglich, einem Einsatz möglich ist, wie auch im Winter. Im Winter stellen wir dann ein Rebranding und verkaufen Baumstriezel in den verschiedensten Variationen und individuell für den Kunden zusammengestellt mit verschiedenen Toppings, sogar mit Eis kombiniert. Unser großer Vorteil ist die Mobilität. Allerdings wird diese Mobilität nicht am Standort als mobile Einheit wahrgenommen. Durch entsprechende Blenden werden Deichsel demontiert und dementsprechend haben wir hier die Optik verändert. Man benötigt bei uns keine großartigen Qualifikationen. Sie werden umfangreich von unserer Seite geschult. Wir betreiben Systemgastronomie, die durchdacht ist und für jedermann geeignet ist. Wir bieten unseren Partnern die Standortunterstützung. Wir bieten unseren Partnern die Finanzierungsunterstützung und sind wie wahre Partner stets an ihrer Seite. Wenn wir damit Ihr Interesse geweckt haben, laden wir Sie herzlich ein zur Zusammenarbeit, zur weiteren Beratung und weiteren Zusammenarbeit. godd politiques die starke diese Dame